Die Anwohner im Lauchamaraner Pappelweg sollen möglichst schnell, jedoch bis spätestens 2022 umziehen. Das erfuhren sie im Rahmen einer Infoveranstaltung am vergangenen Dienstag. Laut einem Gutachten bestehe weiterhin die Gefahr von Bodenverflüssigungen. Eine Sanierung und damit Stabilisierung des Baugrundes unter den Gebäuden sei nicht möglich. Vor dem Hintergrund der latent bestehenden Gefährdungen sollten die Betroffenen im Interesse ihrer eigenen Sicherheit möglichst zeitnah handeln, so OSL-Landrat Sigurd Heinze. Die LMBV werde sich jetzt im Auftrag von Bund und Land um die weitere Umsetzung der Entschädigungsfragen kümmern, sagte Gerhard Richter der LMBV-Sanierungsbereichsleiter Lausitz. Erste Gespräche gab es bereits. Ursache der Maßnahmen ist der Grundwasseranstieg im ehemaligen Tagebaugelände.